Wo kommen eigentlich unsere Ideen her? Ideen, die uns besser machen? Effizienter? Innovativer? Wir von Evonik wissen es. Alles, was uns als Unternehmen weiterbringt, entsteht als kleiner Funke im Kopf aller Menschen bei Evonik. Zum Beispiel hier gerade. In diesem Team. Auf dieser Bank. Oder hier. Wie wäre es jetzt, diese Ideen zu formulieren, sie mit den Kollegen weiterzudenken und sie zu einem großen Ganzen zusammenzufügen? Warum zum Beispiel nicht einen Prozess optimieren, indem man Kondensat zurück in die Anlage führt, so Energie spart und das Abwasser weniger belastet? Oder Tablets mit zentraler Ablage aller relevanten Daten? Automatische Übermittlung von Referenznummern bei Bestellungen? Wie wäre es, wenn man mit solch einer Idee Gehör findet? Wenn diese Ideen ein Feuer entfachen und andere Geister zum Brennen bringen? Und wenn man schließlich erlebt, wie die eigene Idee Umsetzung findet, ist ein solches Arbeiten nicht effizient? Eine Chance, etwas zu bewirken? Wäre das nicht erfüllend? Für uns selbstverständlich. Evonik blickt auf über 80 Jahre Ideenmanagement zurück. Oder anders gesagt, über 280.000 Ideen. Tausende eingesparte Arbeitsstunden. Ein selbstgestaltetes, verbessertes Arbeitsumfeld. Ein unvergleichliches Wir-Gefühl. Selbstwirksame Arbeit als Erfolgsmodell. Ideen als treibende Kraft. Evonik Leading beyond chemistry. Leading beyond chemistry. 3.